Wo seid ihr denn alle, Leute? Wer hat denn den Startbutton jetzt? Ich hab den. Ah, Chrysal. Oh je, das kann nicht gut werden. Eieiei. Also wenn Chrysal nicht direkt stirbt, dann ist er safe Impostor. Wow. Direkt raus. Warum sag ich das? Viel Spaß. Viel Spaß. Ich muss dich töten. Willi wills wissen. So, Kimo, Krizo, Kiyan, Kaioken. Natürlich die Frage. So, Blayda ist da. Du musst jemanden töten, Chrysal. Du musst jemanden töten, Chrysal. Oh. Keiner macht die Tür auf, oder was? Chrysal, Krizo. Oh, ich hätte fast gedrückt. Oh, ich hätte fast gedrückt. Noch keiner tot. Jawohl. Timo? Ähm. Nur als Verständnisfrage. Wir könnten einen Cleaner drinnen haben, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben wir einen Cleaner drinnen. Weil, wer war das? Natascha? Ja, Natascha ist ausgekraut gewesen. Und Kaioken ist jetzt gerade gestorben. Ja. Das Problem ist halt, erstens wissen wir nicht, wie lange. Und zweitens, eben vor ungefähr fünf Sekunden war Kaioken auch, glaube ich, noch am Leben. Ja. Kaioken stand auch am Leben. Und das heißt, wir wissen natürlich jetzt nicht, wo Kaioken tot ist, oder? Doch, wissen wir. Wo ist sie? In der Nähe von Lifeline. In der Nähe von Lifeline, okay. Weil ich gerade mit ihren Lifeline stand, dann ging das Licht aus. Ähm. Es wurde zum Glück sofort gefixt. Mhm. Ähm. Und dann kam schon der Button. Und das Licht wurde gerade erst wieder größer. Und Kaioken war davor noch, wie der Lichtkegel bei mir kleiner wurde, war Kaioken neben mir. Okay. Also sie wird irgendwo bei Lifeline liegen. Also ich denke mal, dass sie rechts rausgelaufen ist und da sie jemand mitgenommen hat. Wer war jetzt gerade am Licht direkt? Also beim letzten... Keiner hat das Licht angemacht? Vielleicht war es der Ingenieur. Nein, das muss ein Ingenieur gewesen sein. Okay. Wenn überhaupt. So schnell ist es nicht ausgegangen, weil ich bin dort oben und wollte es gerade ausmachen. Ausmachen? Und ich stehe an der Türe nämlich noch. Deswegen. Anmachen? Ja, ich denke mal hier aus. Ich habe keinen drinnen gesehen und es ist auch keiner rausgelaufen. Also wenn es gefixt war jetzt so. Okay, dann Ingenieur. Okay. Das meine ich damit. Haben wir eine Ahnung, wo Natascha... Also wie lange sie ausgegraut ist, wo sie hätte liegen oder gekillt werden können? Also als ich jetzt an Lifeline geguckt habe, war sie schon ausgegraut auf jeden Fall. Aber das ist jetzt auch nicht so lange her, das waren jetzt 10 Sekunden. Das Problem ist, wir waren doch vorhin alle electric. Mit Krizo, Chrysal. Wer war noch alles mit dabei? Soulblade glaube ich. Wir waren ja eben mit fünf oder sechs Leuten. Und Natascha war da nicht mit dabei. Da war Natascha nicht mit dabei. Deswegen glaube ich, dass sie vielleicht schon länger tot sein könnte, oder? Ja, dann müssen die zwei Imposter zusammen rumgerannt sein, Bernd. Das glaube ich nicht, weil ich war die einzige Person, die rechts im Lab war. Und wo ich aus Lab rausgekommen bin und die Admin reingeschaut habe, da waren quasi alle drüben, also alle Punkte waren irgendwo auf der linken Seite. Das meine ich, genau. Und wo ich dann rausgelaufen bin, ich habe Lifeline nicht gecheckt, da ist dann die Stume entgegenkommen mit Kimo. Aber warum teckst du Lifeline nicht nach der Zeit? Ich habe einfach Quest gemacht und bin raus. Aber wenn man da eh dran lang läuft, dann checkt man doch eigentlich immer noch Lifeline nicht. Brauche ich ja nicht, wenn ich vorher alle auf der linken Seite gesehen habe. Wir machen einfach alle Leute das Hass. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann machen wir die Tasks nochmal ganz schnell. Und dann lassen wir Kilian hier alleine und gehen unsere Wege, weil wir haben nämlich jetzt noch die Mad Bay Scan Task, die wir noch machen müssen. Mad Bay Scan. Mad Bay Scan. Oh, wir haben hier einen, wir machen nicht den Mad Bay Scan. Ich kenne das aus. Genau, sehr gut. Ja. Die. Ja. Die Leiche liegt oben am linken Auffüll, an der linken Auffüll-Tast. Mö, oder wie? Ich bin von Lab rüber, wie das Licht aus war, zu Elektriker gelaufen, habe einen Report-Button bekommen, wusste aber nicht, wo er liegt, bin erst nach unten gelaufen, bin dann hochgelaufen und habe ihn dann gefunden. Dann muss sie aber relativ weit oben liegen, weil ich habe ja gerade die Tür aufgemacht und als ich reingelaufen bin, also entweder war der Kill noch nicht da oder ich habe den Report-Button nicht gehabt. Nee, ich hatte auch keinen, also wir sind ja zusammen reingelaufen am Elektriker-Kill-Eingang, ich hatte auch keinen Report-Button gehabt. Also ich bin relativ weit oben reingelaufen, kann man sagen, also ich bin eher oben halt als unten reingelaufen, also ich musste auch, wie ich kurz runtergegangen war, war der Report-Button auch weg, deswegen bin ich hochgelaufen, habe es gesehen. Kann aber auch sein, dass ihr wieder rote Poster seid. Ja, oder das, ja. Können wir einmal wissen, also Kilian vor Licht, Christ und ich haben Licht angemacht, Stecki, Krizo, Kimo, wart ihr. Unten unten rausklaffen. Alleine? Ja, ich bin die ganze Zeit alleine. Ich stehe am oberen Deacon, wollte gerade in Specimen rein und habe da noch Kimo gesehen, der an der anderen Seite steht und von Specimen kommt. Und das Ding ist, dass als Lichtausgang, das habe ich Hans noch gesehen und wir standen zusammen an Lifeline. Deswegen, Kimo, du bist wahrscheinlich dann von Office reingelaufen in Specimen. Mhm. Da habe ich dich jetzt leider ziemlich im Saus. Wo genau lag, also, Hans sagst du, liegt irgendwo im Office oder was? Nein, das war das letzte Mal, wo ich ihn lebend gesehen habe, also deswegen schätze ich mal, dass er in der Nähe von Office irgendwo liegen wird. Und wie lange ist das her? Da ging Licht aus. Okay. Also, Kimo ist auch kurz bevor das Licht ausgegangen ist, er in Specimen rein. Weil ich habe es gesehen, ich habe gesehen, dass Kimo da steht und bin um mein Leben gerannt. Weil ich, keine Ahnung, in der letzte Runde hat es kurz gehiesen, irgendwas mit Kimo, deswegen bin ich gelaufen. Bin dann halt so nicht gelaufen, weil ich gedacht habe, so, da ist bestimmt jetzt irgendwas passiert. Kimo, möchtest du noch irgendwas sagen? Lass mal kurz Kimo noch mal reden, wenn er so gesagt wird vielleicht. Also, ich denke, es könnte auch durchaus ein Loverkill gewesen sein, wenn es jetzt keine Lifeline-Info gibt, die dagegen spricht. Und Stecki wahrscheinlich, ähm, einfach der zweite Imposter ist und ein Imposter jetzt schon rausgeflogen ist. Ich glaube, wir tun jetzt falsch. Ich glaube, dass wir Kimo rausvoten. Die Imposter wollten Stecki raus haben. Die zwei, die mir rausvoten, ist auch gerade interessant. Wer hat Stecki gevotet? Ohne Grund. Ich habe Stecki gevotet, weil ich Ausgleich gewollte, weil ich mir relativ sich benötigt. Wollen wir einfach nochmal an den Feind gehen? Wollen wir einfach nochmal kurz das Licht anmachen? Und den Button drücken oder so, damit wir Stecki rauswoten? Wollen wir oder wollen wir nicht, Seth? Ich will den Kill! Gib mir den Kill, gib mir den Kill. Hier ist niemand. Wo seid ihr denn alle, Leute? Hä? Wo sind denn alle hin? Da liegen zwei Leichen nebeneinander. Ähm, wo und bei Electrical. Ähm, das wären jetzt die Lauer gewesen. What? Ich war gerade bei Lifeline, da war noch niemand tot. Was? What the fuck? Was? Wo liegt die Bole? Was? Also, ähm, Griesa, du hättest rausgenommen in Kimo, richtig? Ähm, das war jetzt nur mit der Information, die ich von Killian bekommen habe. Ja, das meine ich. Killian hat gesagt, dass das Licht, als das Licht ausging, ist ähm, Kimo schon reingelaufen und da habe ich ja Hansel noch lebend gesehen. Deswegen kann es ja Kimo vom Laufweg eigentlich nicht gewesen sein. Ah, sorry, ich habe gerade gecheckt. Äh, es kann nur Shorty sein. Passt schon. Hä, nein, warte mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 Stecki. Auf gar keinen Fall. Doch. Nein, warum? Es steht da. Ich habe geportet. Body reported. The killer, beer, beer, darker, caller. Zack, schnell reporten, bevor ich rausgegessen werde. Ich, okay, du machst halt das bei der Theater auf jeden Fall. Ich schwöre auf alles. Ich stehe an Lifeline und es kann, deine Information kann nicht stimmen. Ja, steht aber auch da. Keine Ahnung. Am Ende der Runde möchte ich auf jeden Fall wissen, warum. Ich verstehe es nicht. Ich habe sowieso dich gevotet, weil Griso hat gesagt, er hat ausgeglichen. Ich wollte auch nicht auf Kimo, weil es unsicher ist. Ich war die ganze Zeit allein unterwegs. Ähm, habe niemanden gesehen. Aber du bist doch genauso eine darker color. Ja, aber ich werde mich selber reporten als darker color. Also es steht halt da, darker color. Die Sache steckt... Hä, was? Oder ist das, wenn das Salabakil ist, dann irgendwie... Ja, aber ich bin doch nicht mal... Hä? Aber du kannst doch nicht einfach sagen, es ist eine dunkle... Also dafür würde ich dich jetzt voten bei Griso. Ich bin detektiv. Also jeder Imposter würde jetzt quasi überall in alle Richtungen gehen. Ich bin nicht rausgevotet worden. Ich bin detektiv. Und ich hätte sowieso die Quote. Ja, aber das stimmt. Also ich bin nicht der Imposter. Entweder macht Griso gerade einen Five-Hat-Play. Darf ich? Oder du trollst hier komplett rein ran. Darf ich kurz erklären, warum ich jetzt wen voten werde? Ja, bitte. Ich stand... Ich bin ein Specimen reingelaufen. Ich bin ein Specimen wieder raus. Bin jetzt am Atmenpult. Licht war aus. Es war ewig lang eine Person in Electrical. Und es war... Guck mal. Eine Lab. Eine Person. Ja, das war ich, Office. Die Information, die mir Shorty gerade gibt, stimmt halt mit dem, was ich habe. Ja, dann warte noch mal ganz kurz. Ich bin am Anfang, wo das Licht aus ist, ganz langer Lifeline gestanden. Es ist keiner getötet worden. Es war alle nur am Leben. Ich bin dann losgelaufen Richtung Electrical, weil meine letzte Quest fertig war. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann stirbe ich oder ist auch egal. Ich gehe schauen, ob was passiert ist und das in zwei Leichen. Aber, ja, guck mal. Aber wenn ich doch in Admin stehe... Hä? Wo liegen die Leichen? Wo liegen die Leichen? Bei Electric, sagt er. Und wenn ich Office bin, kann ich es doch nicht gewesen sein. Und ich war es auch nicht. Geh so. Geh so, bitte. Ich war es nicht. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Ich war es nicht. Egal. Trotzdem, trotzdem bist du Impostor. Ja. Hä? Aber wie kann das... Hä? Ich habe ihn nicht getötet. Ja. Wir haben uns gegenseitig getötet. Ja. Ich bin halt... Ah, so close. Ah, what, what? Ich bin halt als Sheldon vorgelaufen und ich wusste, da oben steht ein Impostor. Und ich habe einfach Kill gespammt. Und ich sehe nur so, dass Chrysal mich tönt. Ich denke so, hä? Und dann gucke ich so, okay, er ist auch tot. Ich dachte... Was? Ich war auch so verwirrt. Was? Ich war auch so verwirrt. Bei der Information musste es jetzt einfach steckig sein. Ja, aber... Dann frage ich mich, wie konntest du eine Darker Color haben, wenn ich wirklich damit nichts zu tun hatte. Weil ich Chrysal getötet habe und ich eine Darker Color bin. Ja. Ja, eben. Es steht da Darker Color, ne? Weil er Chrysal reported hat. Und warum sollt ihr jetzt reporten, Chrysal? Ist doch unlogisch. Ja, aber ich war es ja obviously auch nicht. Ich habe den Kid ja obviously nicht gemacht. Ich dachte jetzt einfach, Chrysal tötet jemanden. Und ich bin auch komplett über die ganze Map gelaufen, um jemanden zu finden. Und Licht war auch noch aus. Ja, aber genau deswegen. Ja, das ist ja das, was ich sage. Was? Ja, das ist ja eigentlich alles